Aussteigen hättest du können. Was hätt ich mal können? Also ganz oft aussteigen, also ein bisschen weiterfahren, wieder aussteigen, rein, kennst du nicht. Nee, Bruder. Oh mein Gott, Digga, ich bin weiter vorweigelaufen. Holy shit. Was ist passiert? Digga, was? Was ist passiert? Was ist passiert, hä? Mann, was ist das für ein Zufall? Bro, wie anarchy. Was ist passiert? Es gibt eine Differenz, bei der das passiert. Nur eine Einzige und du hittest sie. Wait, was? Wie? 49er. Er hat einen 49er gemacht. 49er. Digga, hättest du merken müssen. Das ist die einzige Höhe. Wenn du 49 Blöcke mit einem Boot irgendwo runterfährst, kriegst du Falsch an. No way. Das ist nicht euer Ernst. Keine andere Zahl, wirklich. Mach mal Respawn und zähl mal wirklich durch. Also geh nach oben. Ja, das ist zu tricky, glaube ich, jetzt da hinzukommen. Ich glaube, es war einfach so. Ja, krass. Ja.